Es findet sich im App Store und ist kostenlos. Das Ganze ist eine Art Telefonbuch fürs iPhone, an dem ihr sowohl nach Namen suchen könnt, ihr könnt eine Rückwärtssuche machen, indem ihr eine Telefonnummer eingebt und so die gesuchte Person finden könnt. Ihr könnt ganz klassisch nach einem Begriff suchen, wenn wir es zum Beispiel mal hier Pizza eingeben, kriegen wir schon einen Suchvorschlag, geben einen Ort ein, zum Beispiel in Essen, dann können wir einfach auf finden gehen und mir werden zahlreiche Pizzadienste rund um Essen angezeigt. Durch einen einfachen Klick darauf, bekomme ich nähere Informationen, wie die Straße, kann mir das Ganze auch auf der Karte anzeigen lassen und was auch sehr praktisch ist, die Telefonnummer steht dran und ich kann darauf tippen und es wird sofort ein Anruf gestartet. Das Ganze kann man sich dann auch in seine Merkliste verschieben, wenn man manche Branchen öfter anruft, wie zum Beispiel sein Lieblingspizzadienst und muss so das Ganze auch nicht öfter suchen. Unter Ort entdecken kann hier oben jederzeit der aktuelle Ort geändert werden und wir haben dann hier unten verschiedene Themengebiete, die man durchsuchen kann, wie zum Beispiel jetzt Restaurants, werden mir die aktuellen Restaurants in meinem Umkreis angezeigt und ich kann diese leichter finden. Ist wie gesagt eine sehr schöne App, ersetzt das Telefonbuch und ist für unterwegs sehr praktisch. Soweit zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!